jetzt zu einer neuen folge und somit herzlich willkommen zur zehnten folge der zweiten start von clever potter in der letzten folge haben wir mitbekommen dass der clever 13 ist ja ich hoffe dass wir jetzt können wir standen einfach ganz gechillt rein und schreiben guten abend ich schreibe guten abend weil für mich gerade abends ist für mich ist nämlich gerade 20 uhr 18 am 22.10 2022 doch für mich dabei war ich habe doch bei mir ist es gerade 20 uhr 19 ich sage jetzt 19 weil es 20 19 ist es ist zwar gerade 20 uhr 18 ich habe jetzt einfach mal nice wie geht's dir denn so geht's dir denn so lieber clever bot danke mir auch danke mir auch was machst du gerade mit dir schreiben und du erst mal du falsch schreiben digga chill nicht digga bitte schreiben und musik hören nice nice musik hören werde ich auch wieder bin ich ein junger oder ein mädchen ich sage jetzt einfach mal ein junger wie alt bist du 16 ok bist du ein junger ja wenn er jetzt sagt dass ich gesagt habe dass ich ein mädchen werde hätte er das jetzt gesagt ich alte 4 direkt kann als ich bin ich ja ich die das ich habe natürlich ein clever bot ja ich dich auch ich weiß nicht so ganz was ich jetzt sagen sollen ich mache jetzt mal so auf fragen wie sich was meinst du mit ich ich auch was meinst du damit ich habe jetzt ich habe jetzt schon kein bock mehr ich muss ganz kurz auf ich habe jetzt schon kein bock mehr ich muss ganz kurz auf um Prozent Prozent nein Prozent Prozent welcher an ihm ist kennst du Prozent 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 oder Prozent schon erst man eine andere den Schmakt gesehen habe von die ist genau keeping Wird cosa Prozent die ist es gibt noch ein wenig mal gekocht hat und heute habe ich nicht so ganz komplett zu Ende gekocht wer ist mehr mannschuldigung wahrscheinlich wird ihn auch schon falsch bleiben und die sind auch gut oder was anderes also tatsächlich kennen noch ein und die schlafen was die Loppen die Porto an Prozent Prozent Scherz mal wir werden jetzt neun kriegen ja man merkt auf jeden Fall das sind neun haben nicht wahrscheinlich Schattel ist und sich mal wie geht's dir oder ich hab mal wie geht's dir vielleicht haben wir tatsächlich neun mir geht es gut und wie geht es dir so weit ganz gang genau ganz gut das ist doch gut ja ich frage es aber was machst du so ja ja was du so mit dir schreiben und du dir auf jeden Fall dir schreiben ja das denke ich mir manchmal auch das denke ich mir auch manchmal wenn ich mir den Klebotschreiber also manchmal denke ich mir wirklich einfach nur so ähm ne ich schreibe ich schreibe ich frage ihn jetzt einfach mal wie alt bist du bist du wieso willst du das wissen bei Baum ich schreibe jetzt einfach original mal bei Baum und hast da auf jeden Fall ich schreibe ich frage es einfach mal bis zu ein Junge oder ein Mädchen vor und ich diese einfach mal jung auch geht ja ja was musst du immer noch ja es geht ja genau ich wollte jetzt nicht wo ich schreibe immer noch mit ihr schlafen oder schreiben würde ich schreibe dann wird die Schreiben der Geistburg schlafen schreit nichts also ich merke schon ich bin echt los jetzt am Abend ist sie langweilig zwischen Hachum da bist du aber schwer der soll mir so aus dem Leben wird bis zu dem das ist mir kurz schwindig geworden man kennt es aha oha aha oha ja ne der nein ich spreche das ja ab bevor das ihr noch Leute wenn euch diese Folge gefallen hat lasst sehr sehr gerne ein Like und ein Abo da würde mich sehr freuen wir sind im Moment road to 130 Abonnenten und ich würde sagen das war es mit dieser Folge und außerdem kann ich jetzt was sagen es werden nach dieser Folge nur noch fünf Folgen online kommen vom Cleverbot von der zweiten Staffel und nach der fünfzehnten Folge der zweiten Staffel wird die Playlist der Cleverbot S02 dann wird die auch öffentlich gestellt und dann könnt ihr euch da alle Videos angucken und ja ich würde sagen haut rein bis zum nächsten Mal bis dann tschüssi Kwana uffs voll agreements bla voud Bis zum nächsten Mal.